Ich hab' dich! Ich hab' noch gedrückt. Oh mein Gott. Mia! Ich hab' dich! Ich hab' dich! Fuck! Du weißt das! Das ist okay. Nate! Achtung! Adios, Mistkerl! Gut gesehen, würd' ich sagen. Richtig gut gesehen. So schnell hätt' ich das jetzt nicht kombiniert, glaub' ich. Oh! Das war aber eine kurze Nacht, würd' ich sagen. Hey! Was für ein Tag! Ja! Ja! Welt gerettet, das Böse besiegt! So wie immer! Wirklich! Na schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Na ja! Weißt du! Ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich... dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja! Ja! Ihr habt vielleicht ne Vorstellung von Romantik? Sully! Wow, du... Siehst scheiß aus! Und die anderen erst! Hab'n Boot! Äh, wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier find' ich besser. Sully, du bist ein verdammter Teufelskerl! Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Huh. Jubee! Tut mir leid wegen deiner Story. Ah, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Oh, dem Sonnenuntergang entgegen. Juhu! Ja! Erster Teil. Und einem durch. Lief doch. Euer Feedback. So, insgesamt. Also jetzt zum Spiel, ne? Nicht zu mir. Zu mir meinetwegen auch, aber grundsätzlich erstmal zum Spiel. Und ich hab' 6 Stunden 50 gebraucht übrigens. Nicht 8 und 12. Ich hab' 28 und 12. Ich hab' keine Säge. Ich hab' 28, und der ist ganz schön hier drin. Je kann es nicht so richtig, wenn ich es nicht in der Mitte geließe aufräumen. Sonst anspringen ist es nicht so richtig, dass es nicht so gut ist. Wenn wir da stehen, wenn es nicht so gut passt, wird das ein Gericht. Ja, ich bin gespannt. Gib mal Feedback. Glaubst du mir nicht? 6 Stunden 50. Aber es waren schöne Stunden. Muss ich sagen. Hat mir gefallen. Also mein Feedback ist, es ist schön, es macht Laune, es hat Action. Nicht zu viele Rätsel, nicht zu viel Oh Gott, ich muss hier klettern, hüpfen und sonst was. So, dann gut. Teil 2 kommt vielleicht nächstes Wochenende. Wie viel ist denn heute? Warte mal. Ich muss mal gucken, ich habe so viele Termine schon wieder. Lass mal gucken. Ne, der wird wahrscheinlich nächstes Wochenende kommen. Früher werde ich es nicht schaffen, weil ich will es auch wieder in einem durchspielen. So, und ja, dann kannst du aber komplette Denkrätsel machen und nicht, also so Mischungen, nicht, dass du da hängst. Genau. Also wird es dann wohl eher nächstes Wochenende geben. In der Woche werde ich abends nur kleinere Sachen spielen. Und in einem durch finde ich schon schön. Hat es dir denn gefallen, CMC? Oder CMC? Oh, ich muss nochmal, ich bin gleich wieder da. Oh, ich muss nochmal, ich bin gleich wieder da. Oh, ich muss nochmal, ich bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020